Zerstöre Alienbäume. Also die Alienbäume findet ihr ja in Holy Hatchery. Insgesamt müsst ihr fünf Bäume zerstören. Ich würde euch empfehlen, es irgendwo anders zu machen. Und zwar zeige ich es euch im Video jetzt, da die meisten, die an Donnerstag die Aufgaben machen, werden da ziemlich viele Leute sein. Geht einfach hierher in der Nähe von Dirty Dogs. Genau hier zerstört diese Bäume. Wieso? Ihr habt hier auch ein Alien-Artefakt aus Woche 6 und natürlich, da die meisten in Holy Hatchery landen, habt ihr zum einen die Gegner, zum anderen die Aliens und hier könnt ihr das Alien-Artefakt einsammeln.